Das Oberländer Spezialbier aus der Brauerei Vornburg zur Vorarlberg wurde mir von meinem Diplom-Bier-Sommelier-Kollegen Dominik geschickt. Und ja, was bekomme ich? Eine helle Bernsteinfarbe im Glas, in der Nase, süßliches Malz, getreidig und schöner reifer Apfel. Ja, cheers, jetzt zum Woll. Malzig, getreidig, moderate Bittere, leichte Würze auch. Die Bittere passt sich richtig harmonisch in dieses Bier rein. Schöne leichte Honigsüße, grasiger Hopfen und ein richtig weiches Mundgefühl. Schlanker bis mittlerer Körper, eine spritzig-feine Kohlensäure und eine schön glatte, super süffige Textur. Der Nachtung ist ein bisschen trockener, es kommt eine deutliche Hopfenherbe auf. Karamellmalzige Aromen und ein bisschen Honig noch dabei, ohne süß zu werden. Insgesamt der Nachtung aber nicht zu lang. Das Oberländer Spezialbier aus Vorarlberg, wenn ihr wissen wollt, welcher Bierstil das ist, was da alles drin ist. Sehr, sehr spannend. Müsst ihr jetzt mal ein langes Video bei YouTube schauen. Alle anderen klicken hier gerne auf Folgen, wenn ihr keine Bierverkostung mehr verpassen wollt. Wie heute.